Please hold for a very important message. Deswegen habe ich euch schön weit weggeschoben, damit ihr nicht so nah seid. Das ist mein Safe Space hier. Ja, Sommerhaus, das ist wieder da. Ich freue mich. Eine neue Folge. Ich habe das schon vorbereitet für euch und werde mit euch jetzt luftig locker dadurch gleiten, damit wir das gemeinsam einmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was da so schön sich ereignet hat. Falls du neu bist auf diesem Kanal, möchte ich dich herzlich dazu einladen, um zu unserer Community dazuzuhoppeln und ein Schnuffelhase zu werden. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren und sei bitte kein schneller Zuschauer. Lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Und ich weiß, wenn man in mein Gesicht guckt, dann schreit es nach Schlaf. Und damit habe ich, glaube ich, eine schöne Überleitung geschaffen. Und zwar muss ich euch sagen, ich schlafe seit einigen Monaten richtig, richtig gut. Und nun möchte ich euch zeigen, warum und wie ihr das auch machen könnt. Film ab. Da guter Schlaf der Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist, hat Emma die Black Weeks jetzt schon gestartet. Bis zum 30.11. könnt ihr bei Emma bis zu 50% sparen. Über meinen Rabattcode Sarniel bekommt ihr nochmals 5% on top. Ich befinde mich gerade auf der Emma 25 Flip Matratze. Diese hat bei Stiftung Warentest die Note 1,8 bekommen. Bei Emma könnt ihr bis zu 100 Nächte risikofrei Probe schlafen. Ich versichere euch jetzt schon, ihr werdet sie ganz bestimmt nicht zurückgeben. Was mir immer sehr, sehr wichtig ist und was hier auf jeden Fall gegeben ist, ist, dass ihr abnehmbare und waschbare Bezüge habt. Heute packe ich meine neuen Emma Elite Flauschkissen aus. Die sind wirklich so bequem. Ich kann es kaum erwarten, mein Bett zu beziehen und die Kisten endlich auszuprobieren. Ich muss an der Stelle zugeben, ich habe noch nie so gut geschlafen. Mich für die Emma Matratze zu entscheiden, war somit die beste Entscheidung in meinem Leben. Bei Emma findet ihr neben Kisten und Matratzen auch Betten, Decken und weitere Lifestyle-Produkte. Emma ist der One-Stop-Shop für deine Schlafbedürfnisse. Auf zu Emma in den Online-Shop. Ja, also das ist wirklich meine Herzensempfehlung. Schaut da gerne mal vorbei. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Summer House der Stars. Das Ergebnis ist so ein bisschen auch schuld, dass ich zu den Jungs und Mädels gegangen bin und habe gesagt, wähl, wenn du willst, ich nehme es keinem übel. Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn du zu den Leuten sagst, ihr könnt mich wählen. Ich nehme euch das nicht übel. Und du dann aber am nächsten Tag feststellst, ja, jetzt haben mich alle gewählt im Stimmungsbarometer. Aber das wollte ich ja gar nicht kommunizieren. Ja, was denn sonst eigentlich? Ja, macht der Serkan sich jetzt wirklich mit dem Glätteisen seinen Pony? Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er die zwei Zentimeter, die da oben drauf sind, jetzt noch so glättet. Das sind so die Lieder. Die musst du immer noch rausrasieren, weil sonst irgendwann keine Chance mehr. Also, Serkan und Samira sind eingezogen und die haben eine ganz klare Mission. Ja, Serkan will dieses Spiel gewinnen und geht da sehr taktisch vor, sag ich mal so, ne? Und soll er machen? Also er steht halt irgendwo auch transparent dazu, dann soll er das machen. Und da mobilisiert er halt die Ricarda, die sich eigentlich lieber schminken wollen würde und noch ein paar andere Kollegen, um ans Ziel zu kommen. Ich will Sieg und Pierre raushaben, weil sie ein sehr starkes Team sind. Und deswegen schlage ich mich auf Maurice seine Seite und sage so, natürlich hast du recht. Na, also er steht halt wirklich dazu. Und der Maurice, der macht auch vieles mit. Der ist ja begeisterungsfähig, wenn ihm nicht gerade irgendwas wehtut oder die Hose rutscht. Warum bist du allein? Allein. Und Samira denkt sich so, Schatz, ich bin aus gutem Grund alleine, einfach um mich nicht mit so Leuten abzugeben wie mit dir. Geh bitte. Was wirst du machen, wenn du nach Hause kommst? Ich umarmen mein Kind, ich lasse den nie wieder los. Das ist bestimmt schwer, ne? Ich glaube wirklich, das ist schwer. Und dann ist aber dann wieder so ein Ding, ne? Weil mit so einer Teilnahme kannst du wieder ordentlich Pader mit nach Hause bringen und dann dem Kind noch was bieten, ne? Wir hatten ja oft dieses Thema, so lässt man das Baby alleine. Also ich würde es tatsächlich nicht für mehrere Wochen in den ersten zwei Jahren alleine lassen. Das hat ja auch Stefanie Stahl mir im Interview verraten. Sie meinte, wenn möglich, dann nicht. Wenn es anders geht, dann nicht. Warst du viel mit dir, Janne? Viel mit dir? Ich bin den ganzen Tag mit dir. Schatz, die hängt mir den ganzen Tag auf der Brust. Das ist ein Säugling, verstehst du? Wollt ihr noch ein zweites? Ja, also, nee, guck mal, das Ding ist, wir haben gar keine Zeit zusammen verbracht. Weil wir haben uns kennengelernt und ich war direkt schwanger. Ja, das ging bei euch razzi-fazzi, Hühnerkacki, ne? Promis unter Palmen war das doch. Und dann war die schon im Wiedersehen, war die schon schwanger, hatte sie den Braten in der Röhre, ne? Und wisst ihr, was ich sehe? Ich fand, Ricarda ist voll die coole Maus. Guck mal, die kann sich schrittlich mit den Leuten unterhalten, ne? Die stellt auch Fragen, scheint auch interessiert an der Antwort zu sein. Ich weiß nicht, ob ich da für dich auch spreche, aber ich würde zum Beispiel jemanden wählen, der nie Stimmen bekommt zurzeit. Wenn ich höre, Sieg und Pio bekommen keine Stimmen und sind ein starkes Paar, Bruder, dann... Okay, jetzt muss ich was sagen, ne? Also, und zwar, Serkan mag ja irgendwie nicht den Alex, ne? So. Und jetzt versucht er den irgendwie mit davon zu überzeugen, dass sein Plan gut ist. Okay, das ist so eine Sache, ne? Aber ihn jetzt auch noch Bruder zu nennen, kommt wirklich sehr unauthentisch rüber und super, ich sag mal, unauthentisch. Das Bruder, hättest du dir bei eurer Vorgeschichte und deiner Meinung über ihn und so, ne? Die auch legitim ist, aber das Bruder hättest du dir sparen können, Bruder. Alex und ich werden kleine Freunde, ich brauche ihn hier drin. Ich werde ihm auch gerne hier drin auch das Gefühl geben, dass ich jetzt ein Verbündeter bin. Das ist so schön, okay. Ja, aber ob der Alex dir das glaubt, ich weiß es nicht, ne? Dem Alex machst du nichts vor, der ist nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn man das manchmal denkt. Dem seine soziale Intengenz ist nicht so ganz überdurchschnittlich. Aber ich glaube, wobei, die braucht er ja hierfür, ne? Naja, bleibt einfach dran. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken und es kann auch sein, dass andere Leute ja auch die ganze Zeit in der Taktik fahren und sich hinter unserem Rücken die ganze Zeit ins Fäustchen lachen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich bin da einfach wahrscheinlich zu naiv für. Ja, sie hat schon den richtigen Riecher und dieses Naive macht es dem Sikko ja auch nur möglich, sie dann in solchen Momenten auch so ein bisschen zu gaslighten und zu manipulieren, wenn die mal einen Streit haben, ne? Und dann am Ende sie so dastehen zu lassen, als hätte sie alles falsch gemacht. Das hat sie alles schon ziemlich gut reflektiert, ne? Aber Maus, du kannst dich wirklich auf dein Bauchgefühl verlassen, ne? Das ist richtig, kannst ja hier aussehen. Sie riecht es, dass so ein Zerkern vielleicht sich schon gegen diese verbündet und so. Also so auf den Kopf gefallen bist du mit deinen Emotionen nicht. Wie geht's dir gerade? Tschüss, guten Abend. Die sind auch so ein paar. Sie ist abgeblüht, Schatz. Die ist clever. Die weiß genau, was sie tut. Die ist auch so eine Lenkerin. Mhm, die sitzt am Steuer und lenkt die beiden ins Ziel, ne? Aber hat er gut beobachtet. Also er hat schon ziemlich schnell den guten Riecher bekommen, ne? Diese zwei Paare, Pia und Sikko, haben zum Beispiel noch nie eine Nominierungsstimme bekommen. Das ist heftig. Und das will das Herkern jetzt crashen. Hier kommt Klaus-Power! Im Doppelpark! Was? Oh, Weltklasse. Da freuen sich alle, ne? Die geilen Säue sind angekommen. Nach der Show ist Jessie zur Princess gewonnen und ich hab meinen Titel abgelegt. Die Mäuse, ne? Also wirklich, wenn ich die beiden sehe, dann geht mir richtig das Herz auf. Würde ich auf Frauen stehen, fände ich die beiden ziemlich geil, muss ich sagen. Ich finde die schon sehr, sehr attraktiv. Und sie hörst du, dann könnte ich ja eigentlich nochmal zwei andere Ladies einladen und durch alle zusammenknallen. Also Hannah und Jessie von Princess Charming. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, nein, was ist das? Ist das so homo? Da kommt ein neues Paar. Ich kann nicht mehr. Warum? Freust du dich nicht? Neue Freunde und so. Freu dich mal. Sag mal, nicht so egoistisch. Ja, du kennst gar nichts, ne? So Reality-TV und Recht-TV ist auch gar nicht deins, ne? Deswegen bist du auch im Sommerhaus gelandet. Aber das bist du ja gar nicht, ne? Hast du gar nicht nötig. Du bist in so einer ganz anderen Welt unterwegs, ne? Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Diesen Hannah, die hat jeden umarmt. Ich wollte die dann auch umarmen. Da hat die gezögert kurz. Oh, oh. Oh, Alex mutiert zum richtigen Menschenkenner. Hannah hat ihn nur zögerlich umarmt. Was hat es damit auf sich? Meinst du? Ja. Ich hab sie in ihren Augen gesehen. Hannah hat sie doch gemacht, aber sie hat kurz gezögert. Sie hat sich so überwinden müssen. Wahrscheinlich hatte sie auch noch die Temptation Island-Szene im Kopf. Und dann sieht sie dich das erste Mal live und ich so, will ich oder nicht? Ja, okay, komm. Bestand wegen Temptation. Safe. Hannah Braun. Was man ja auch verstehen kann, ne? Das sind ja wirklich Bilder, die du geliefert hast und teils immer noch lieferst. Und dann sind die Leute vielleicht ein bisschen voreingenommen. Das kann ja mal passieren, ne? War ja auch ziemlich brutal, was man da so auf menschlicher Ebene sehen durfte. Vor einem Jahr. Es ist ja auch noch nicht so lange her. Ne? Verjährungsfrist ist zehn Jahre. Das sind bestimmt solche, die... Weißt du, was ich meine? Und das sind halt Frauen, die fielen da mit und dann... Oh, da so verweichlichte Frauen, die haben Emotionen. Und dann finden die das auch noch verwerflich, dass sich Christina da so massakriert hat, äh, massakriert hab im TV. Also ja, Frauen halt, ne? Auch noch Lesben. Das ist maskulin-toxisch. Genau, das bist du. Genau, ja. So maskulin-toxisch. Was soll aus einem verweichlichten Hirn sonst für ein Resümee gezogen werden, ne? Deswegen. Deswegen, bei Männern wie wir hier sind die lesbisch geworden. So, safe sowas. Ja, einfach so Lesben, ne? Weißt du? So, toxische Männer, sind die einen Mann mit einem Bizeps? Ja, hab ich. So. Und trotzdem bin ich nicht toxisch-maskulin, auch wenn ich hier das ganze Möbelial kaputt trete. Also bin ich nicht, wirklich nicht. Meine Güte, Lesben, ich sag's ja. Die haben mir noch gefehlt. You're toxic, I'm slipping under. Und Zerkan denkt sich so, bin ich jetzt auch eine Lesbe, wenn ich das gleiche über ihn denke? Ist halt schwierig, wenn man dann so sieht, ihr geht als Kern so darüber, wenn ihr dann was zu besprechen habt. Und wir sind nicht geladene Gäste. Alex, ich, Vanessa und Samira, weißt du so? So, also meine neue Clique. Zerkan ist so mein bester Freund Alex, mein Bruder und ich. So durften jetzt nicht mit, als ihr euch da versammelt habt ohne uns. Was soll die Scheiße? Und Siko ist halt ein richtig guter Streitpartner. Ich finde, der hat eine so gesunde Streitkultur. Jetzt schaut mal bitte, wie er darauf eingeht. Es gibt halt teilweise Dinge, die betreffen halt nicht jeden. Doch, Siko, das betrifft mich schon, wenn ihr bestimmen könnt, wer rausgeht und wer drin bleibt. Ja, also irgendwie, wenn ihr so rumtaktiert, hat das schon irgendwie indirekt was mit mir zu tun. Dem Zerkan, was der da geredet hat, das habe ich gar nicht verstanden tatsächlich. Aber verstehst du kein Deutsch oder was ist das? Das ist so, ne? Also nur mal so als Beispiel. Nicht, dass ich jetzt sage, Zerkan hat ja recht und Siko hat kein Recht, weil Zerkan hat auch mit Leuten über Pia und Siko gesprochen und hat alle versucht zu mobilisieren, die beiden rauszuwerfen. Da war Siko ja auch kein geladener Gast. Nur mal so. Aber was halt irgendwie trotzdem wieder spannend ist, ist so Sikos Art, wenn es einen Streit gibt. Die erinnert mich zum Beispiel auch an die Art von Tim, wenn es einen Streit gibt. Die sind dann so, hä, verstehe ich gar nicht. Ach komm, geh, Gespräch ist beendet. So, anstatt vielleicht auch mal sich dem Bedenken einmal so ein bisschen anzunehmen und so mal hinzulauschen und so, ja, was könnte der vielleicht meinen, ne? Ich habe immer jedem ehrlich gesagt, wie es aussieht, so und habe immer ehrlich jedem die Meinung gesagt, du hast auch ein Versprechen gebrochen. Oh, warum kackst du mich jetzt von der Seite an? Ja, mit dem hast du ja auch noch eine offene Rechnung, ne? Ihr wolltet euch ja, glaube ich, auch erst wählen, wenn die Kacke am Dampfen ist. Also ziemlich am Ende. Und das habt ihr ja auch irgendwie schon gebrochen vor ein bis zwei Folgen. Es ging darum, dass es irgendwann eklig wird und wir uns gegenseitig wählen müssen, weil keine anderen Möglichkeiten mehr da sind. Beziehungsweise Paare da sind, die wir auch mögen. Dann nehme ich das stärkste Team, das, was wir von Anfang an gesagt haben. Ja, aber du hast ja nicht gesagt, dass wir das stärkste Team sind. Digga, wo ist das fucking Problem, Mann? Verstehe dich auch irgendwie akustisch gerade nicht. Also, ach so, ich verzettel mich gerade mit meinen Aussagen. Habe ich nicht gesagt, dass ihr das stärkste Team seid? Ach so, es gab keinen anderen mehr, nur euch. Ach so, gab es noch andere? Ja, ich verstehe dich gar nicht. Alter, red mal ordentlich. Ich habe alles gesagt. Entweder lebst du damit oder lässt es bleiben. Also entweder du nimmst mich jetzt so, wie ich bin und es ist jetzt okay für dich oder du gehst. Verstehst du? Aber klären werde ich das mit dir nicht. Und Verständnis dafür zeigen, dass du jetzt enttäuscht bist, weil wir eine abweichende Absprache hatten. Ist mir alles egal. Verstehst du? Es rauscht ziemlich doll. Ich halte dich nicht. Wir haben nicht einmal die in unserem Kopf gehabt. Nicht einmal. Und gestern kommt das Messer. Ist halt so. Ach, was denn für ein Messer, Maurice? Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt kommt Pia. Pia denkt sich so, nee, so redest du nicht über meinen Mann. Ist so. Ihr habt euch gegenseitig versprochen, dass man so lange durchzieht, bis es nicht mehr geht. Ja, aber du kannst dich auf einer Stufe stehen. Du fühlst dich immer verraten. Nein, nein, du kannst aber nicht raus. Du fühlst dich verraten. Das ist Bullshit. Das ist ein Spiel. So, aber was soll man auch von Pia anderes erwarten? Sie gaslightet jetzt natürlich. Du fühlst dich immer verraten. Du bist immer, immer denkst du bist das Opfer. Also wenn man das jetzt mal so, die haben jetzt keine romantische Beziehung oder so, sind sich da jetzt auch nichts schuldig. Aber man kann schon sehen, dass sie Opfer von solchen Attacken ist, weil der Maurice ist ja einfach enttäuscht, weil er dachte, er hätte eine Absprache gehabt mit Pia und Sikko, so dass die sich halt, ich wiederhole mich, erst wählen, wenn nichts anderes geht. Und das war ja de facto nicht der Fall. Ja, das bedeutet, er findet, die beiden haben sich unloyal verhalten. Und jetzt ihn einfach anzuschreien und zu sagen, ja, du bist aber falsch. Du bist, du fühlst dich immer unloyal behandelt. Du fühlst dich immer, das ist ja das, was der Sikko im letzten Streit mit der Pia gemacht hat. Und das können wir hier sehen, dass das gut auf sie abgefärbt ist. Also nicht nur die rote Haarfarbe, sondern eben auch das. Du rennst hier von A nach B und denkst immer, dass du das Opfer bist. Total schwachsinnig, total schwachsinnig. Nee, es ist gerade so. Du stellst dich gerade als Opfer da, oder nicht? Dann schreist du mich an, bleib mal ruhig. Weil du mich gerade abfahrt hast. Ja, aber es ist mir scheißegal, schreib mir mal an, halt mal deine Frau zu, was los. Also mit der würde ich halt, oh wow, wirklich nicht gerne streiten. Die geht dann immer so richtig auf 180, schreit, wirft dir irgendwas an den Kopf und so. Lieber nicht, ne? Alter. Ich redet auch ganz normal. Ja, das ist jetzt in Ordnung. Du fühlst dich immer angegriffen. Du denkst immer, dass du das Opfer bist. Du bist einfach, dein Mann hat einfach nur gelabert. Schau, das geht mir auf den Sack. Vor allem, wenn sich jemand immer angegriffen fühlt und denkt, er sei das Opfer, ne? Dann müsste man ihm doch eigentlich irgendwie entgegenkommen und ihm dabei helfen, dieses Gefühl loszuwerden und ihn dann nicht anschreien und dafür schuldig machen. Weißt du, was ich meine? Und jetzt geht sie wahrscheinlich rein und heult. Jeder hat seine eigenen Grenzen zu setzen. Und die macht die, die setzt die jetzt, ne? So pädagogisch korrekt setzt die jetzt erstmal ihre Grenzen und trinkt noch eine Weinschorle hinterher. Ist einfach 100%ig. Ist jetzt mal gut gewesen. Welcome to Reality TV. Und zwar mal außerhalb von Princess Charming. So geht das nämlich ab in den anderen Sendungen. Nicht wie bei euch. So, wir waren uns alle gut und so. Siko weiß einfach, wenn der gegen mich diskutiert, der verliert halt einfach. Ey, ich mach den fertig. Ich war im Debattierclub in meinem Studium. Ich studiere ja, falls das einer nicht eh schon erahnt hat. Und im Buchstabieren würde ich den auch putzen, ne? Ich bin genervt. Man merkt halt schon, dass diese Gruppendynamik hier wirklich eigentlich im Kern nur trinken und rauchen ist. Das geht gar nicht, ne? Das hat mein Papa mir hier beigebracht. Das ist mein Freund, ne? Ja, stimmt. Ja, sie hat mir beigebracht, dass das gar nicht gut ist. Ich brauch das für meinen Fitnesskörper so clean sein, weißt du? Bevor ich mich da hinsetze und jetzt auch einfach was mache, um mit denen cool zu sein, bin ich lieber die Außenseiterin. Die dann halt einfach mehr Stärke hoffentlich für die Spiele hat. Man merkt so ein bisschen, wie sie mir so zuspricht, ne? Hast du mir richtig erzählt, ne? Also guck mal, ich hab das jetzt so verstanden. Ich geh da nicht hin, weil die trinken und die rauchen. Das ist richtig blöd, ne? Also dein Boyfriend raucht auch. Und ja, also trotzdem da sitzen, obwohl man nicht mittrinkt und nicht mitraucht, geht natürlich nicht. Weil entweder man benimmt sich genauso wie alle anderen am Tisch oder aber man kapselt sich ab. Logisch. Oh, was machst du im Bett? Chill. Habt ihr schlechte Laune? Nö, war eigentlich nur so ein roher bisschen. Ricarda ist irgendwie eine Süße. Ich mag die voll. Die versucht immer irgendwie so gute Laune da zu haben. Ich finde die gar nicht nervig. Ich finde die toll. Aber ich musste ja auch nicht mit der wohnen, ne? Vanessa und Carina sind gerade voll komisch zu mir. Du siehst das so entspannt. Schatz, du halluzinierst. Es ist wirklich nicht so, dass das ganze Haus dich hasst. Nein, Süße. Alter, Pia hat studiert. Seko ist auch nicht dumm. Weißt du, was ich meine? Aber Ricarda bringt mich die Klappernis mit. Ich habe gerade einen Smalltalk mit ihr gehabt. Die ist so dumm. Ich sage es euch. Ja, Serkan und Samira, ich weiß halt auch nicht, wie die sich das gedacht haben, dass der Alex, den das wirklich so abkauft, dass die jetzt irgendwie mit dem so eine Allianz bilden wollen, so eine aufrichtige. Alex ist schon mit dem, was ich ihm erzählt habe, auf dem besten Weg zu kapieren, dass nicht Moody's und Ricarda das Problem sind, sondern eher Siku, Pia, Justin und Arben. Also er ist wirklich stets bemüht und auf dem besten Wege, das mit seinem Gehirn zu verarbeiten. Da sind wir uns ganz sicher, wir zwei. Also der glaubt uns das auch. Der ist so blöd. Der frisst uns aus der Hand. Ich sage es euch. Erstmal schön hinten das Po-Loch kratzen und dann dem Schatz ins Gesicht fassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie so recht sind. Ich habe das Gefühl, dass sie sich so geben. Ich glaube sie. Ja, sie ist ein bisschen anstrengend. Hannah und Jessie rätseln beide darüber, wen sie rauswerfen sollen und sie wollen die anstrengende cholerische Rothaarige raushaben. Also, das ist langsam eine richtig abgewichste Situation für uns. Maus, das war sie schon von Anfang an. Aber warum ist sie jetzt besonders abgewichst? Das Herr kann für uns belabern, dass wir quasi die Gruppe stürzen. Dass er angeblich mit uns eine Gruppe bildet, aber das ist Bluff, der will uns nur ausnutzen. Der Typ spielt hier ein ganz, ganz falsches Spiel. Aber er hat erstmal der Cleverness halber mitgespielt und hat zugehört. Siko, du musst dich jetzt helfen. Du musst dich helfen. Ja, ich gebe Gas, auf jeden Fall. Und dann ist dir ein kleiner Wink mit dem Zaun voll. Siko, streng dich heute mal an, ja? Die wollen dich alle rauswerfen. Scheiße, ich bin dir ehrlich, weh. Ich war noch nie so ehrgeizig bei einem Spiel wie heute, ich schwöre. Ich will das unbedingt gewinnen. Maus, du wolltest das von Anfang an alles gewinnen, aber hast trotzdem jedes Mal geheult. Jedes Mal und heute wirst du es bestimmt wieder tun. Irgendwas wird wieder sein. Jetzt ist es keine Zeit mehr für Ausreden. Jetzt heißt es perform. Ich glaube, der sagt sich das immer selbst. Sie ist auf jeden Fall stärker im Nehmen als du. Der brauchst du das nicht zu erzählen. Rollmops, ist das eine Fischart? Oh mein Gott. Ich sagte erstmal an den Hund Rollmops. Ja, wollte mal gucken, wie Donio und ich darauf reagiert haben, als wir das heute das erste Mal gesehen haben. So. Was soll denn der Rollmops sein? Wurde der überfahren oder was? Welchen Affen gibt es nicht? Ein Rollaffen, würde ich sagen. Blauohr, Hauben, Langur, Langur. Boah, Alter, du redest gerade wie, als wenn du gerade im Kindergarten geworden, äh, gekommen bist. Helme, er studiert? Joy Gong? Wie kannst du so mit ihm reden? Er ist ein gebildeter Mensch. Komm jetzt Nase zu. Das ist ganz normale Buttermilch. Ist doch nicht schlimm. Ist nicht eklig, ne? Mega eklig. Komm, komm, das schaffst du. Kötze. Nein, Engel. Engel, bitte fall nicht. Du machst das super. Das ist gar nicht schlimm. Das schmeckt super lecker. Ich zeige dir auch gleich, wie gut ich das weghaue. Und ich muss sagen, er sieht da gerade so gut aus. Was ist los? Dieses Sportoberteil, die Belichtung, Beleuchtung, was ist los? Ich kann nicht, Mann. Ich kann es nicht. Sie ist nicht, muss kotzen. Hast du sie jemals so schön gesehen? Hast du nicht gesehen, wie ein Engel sieht sie gerade aus? Das schmeckt scheiße. Also, nee, ich sehe es nicht. Du siehst eigentlich so aus wie immer. Im Sommerhaus Schlimmbiss lässt man die nächste Schlemmerei schnell schlunden. Da kamen ja alle Farben raus. Das war ja so blau-rosa. Das war irgendwie schön. Das war ein Farbenfeuerwerk. Maus, es ist doch gar nicht so schlimm. Schluck das doch endlich runter, hat er die ganze Zeit gesagt. Bis er dann selbst dran war. Alles okay? Ja, alles super hier. Alles super, wirklich. Mir geht es richtig splendend. Ich habe echt schöne Männerfüße. Oh, Alex. Das ist so schön, wie er da so sitzt. Mit seinen Füßen und so. Ich habe voll die schönen Männerfüße, ne? Schärfe geht bei mir nicht so. Ich empfinde nicht im Magen. Digga, was ist bei dir nicht empfindlich? Nur mal so. Ich frage für einen Freund. Gibt es irgendwas, wo es mal nicht wehtut? Was mal ganz gut klappt bei dir? Ja, was soll ich sagen? Pia und Sikko sind das Paar mit den meisten richtigen beantworteten Fragen. Und die beiden können nicht rausgewählt werden. Ja, da sind alle Manipulationspläne von Serkan einfach für die Katz gewesen. Komischerweise wurden auch Hannah und Jessie gesaved, weil sie in den Spielen davor keine Möglichkeit hatten, sich zu safen. Das ist ja auch geil, ne? Kommen sie richtig spät zur Party und dann werden sie auch noch gesaved. Ja gut, aber es gab ja schon zwei gesavete Paare und man geht davon aus, dass die sexy Ladies es geschafft hätten. Nicht ärgert das mit den Vokalen. Wir hätten das echt packen können, wenn du das erste Ding schneller gegessen hättest und dann noch zwei, drei Fragen kriegst dich. Also, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber der Tim ist echt nicht ohne. Und wir haben ganz viele andere problematische Beziehungen, deswegen gucken wir nicht so doll bei denen hin. Aber er schiebt ihr ja auch alles in die Schuhe, ne? Hättest du das und das und das gemacht, hätten wir gewonnen. Am Ende des Tages, guck mal, ein Maurice ist immer nur da, wo er sich sicher fühlt. Ja? Der ist da, wo die Mehrzahl ist. Ja, richtig. Und am Ende des Tages heißt Maurice auch immer noch Maurice. Ah, da ist eine Mücke. Ja, mach weg. Warte, warte, ja, warte, warte. Ach, nee, flieg. Mach weg, Mama. Er ist schon ein bisschen so ein Riesenbaby, ne? Also ein verdammt heißes. Ich weiß, jetzt werden bestimmt ganz viele auf Deabonnieren klicken. Ich finde den super hot. Immer noch. Leider Jottes. Ob mit mir alles in Ordnung ist? Ja. Das ist ein seconder Plan. Der will die Gruppe, die alte Gruppe, also wieder wieder stürzen. Ja, der hat mir das die ganze Zeit erzählt und ich hab so getan, als würde ich mitgehen. Aber ich wollte euch jetzt einmal warnen, dass ihr Bescheid wisst. Okay. Ja, heute stehe ich das erste Mal hier vorne. Was für eine beschissene Situation. Allerdings gibt es ja ein Paar, die in unseren Augen den Gewinn eher verdient haben. Und zwar ist das ein Paar, was gerade eine kleine Tochter bekommen hat. Und wir gehen hier nach sozialen Gegebenheiten, auch wenn hier sonst alles sehr asozial ist. Und die sollen sich mal irgendwie von dem Geld einen neuen Kinderwagen oder so holen, dass ihr Bescheid wisst. Wir denken wirklich an die Familien. Und zwar Justine und Aten. Dankeschön. Danke. Oh, danke. Da kann ich mir endlich diesen Buggy holen. Ja, irgendwie meinte doch der Tim auch mal, das sei der Ziehvater oder so und er der Ziehsohn und die würden sich gegenseitig den Sieg so sehr gönnen und so. Also ich muss sagen, ich finde Tim wirklich nicht sehr cool, wenn ich das so sagen darf. Ich finde, der ist gar nicht gerade heraus. Nee. Und zu seiner Frau ist er auch nicht nett. Wie hieß das bei den anderen immer? Hochverrat. Ich, ne? Maurice, hey, Hochverrat. Wir spielen hier ein Spiel. Ja, Schwachsinn. Ja, jetzt ist es ein Spiel, ne? Aber als du vermutet hast, dass du Maurice Absprachen mit Valentina trifft, da war es kein Spiel, ne? So. Also immer so, wie es gerade passt, ja? Du warst Ziehvater, Ziehsohn. Du hast mir versprochen, dass du mein Vater bist. Weil deine Worte waren wirklich, Maurice, ich gönne dir hier von allen am meisten den Sieg. Ja, das habe ich irgendwann gesagt, aber nicht so gemein, ne? Weil das Universum dreht sich um mich. Ja, bitte. Ich bin mittlerweile müßig, mir das anzuhören. Oh, du hast dein Wort und wo ist dein Stolz und das. Ne, habe ich alles nicht, aber ich fahre dann wieder nach Mallorca, segle mit meinem Boot raus und mach mir einen guten Tag. Ja, so siehst du auch aus, ne? Hauptsache, mir geht's gut und ich fahre nach Mallorca. Und da mache ich dann auch im Trash-TV mit, obwohl ich gar nicht weiß, was das ist, so, ne? Hauptsache, mir geht's gut, ne? Ja. Zwischenmenschliche Beziehungen sind mir egal. Zu dieser jungen Dame hier auch. Hauptsache, ich fahre nach Mallorca und ihr hört meine Songs. Ich bin von dir enttäuscht und von dir leider, aber nicht wegen der Stimme, sondern wegen der Menschlichkeit. Menschlichkeit, also? Was ist denn Menschlichkeit? Bist du dumm aus? Menschlichkeit, sehe ich menschlich aus, oder was? Sieht sie menschlich aus? Nein. So, Freunde, ich kann mir den ganzen Bullshit nicht mehr anhören. Ihr habt ein Spiel gespielt, ich spiele auch ein Spiel. Und ich sag meine Meinung. Du bist eine Ratte, du sagst nicht deine Meinung. Du kannst nicht Ratte sagen, was ist jetzt los? Also, entschuldige mal bitte. Du hättest weder Maus oder so sagen können, aber Ratte? Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Ja, immerhin. Du kannst dein wahres Gesicht zeigen. Irgendwie, muss ich sagen, hat der Serkan so ganz leichte, ganz leichte Valentina-Vibes. Weil, Maus, alles was du, ist nicht schlimm, ne? Weil im Interviewraum standst du dazu, ne? Deswegen war es für den Zuschauer ja erstmal so authentisch. Aber sich da vorne hinzustellen und irgendwas von wegen zu sagen, ich sag meine Meinung, Maus, hast du nicht. Ich kann auch verstehen, dass dann der Sikko sagt, Digga, heizt den Maul, du hast versucht, hier alle gegen mich aufzuhetzen. Ihr habt diese Absprachen gehabt und ich hab gesagt, ich spiele das Spiel. Und jetzt wird sie gleich zeigen, was passiert. Und dann werde ich sehen, ob das aufgeht oder nicht. Ja, das war auch nicht so geil irgendwie. Ich glaube, diese Message sollte ein bisschen härter ankommen. Die war so ein bisschen unbeholfen. Das war so wie Valentina so ein bisschen mit den Wachtel eiern. Wisst ihr noch? Wir haben zwischen zwei Faktoren entschieden. Zu einem die Menschlichkeit. Einerseits geht es aber auch hier um Stärke. Ja, genau. Also wir sind ja das Fitness-Team, die Fitness-Mäuse. Und wir haben dann einfach mal so einen kleinen Stärke-Test gemacht und entscheiden jetzt demnach, wem wir hier rausvoten. Ja, wollt ihr euch gar nicht wundern. Ihr seid weder mental stark noch körperlich. Schaut euch mal an. Nur am Rauchen und am Saufen und am Rumwabbeln. Geht gar nicht, ey. Alex, was will man von dir erwarten? Du hast deine Ex-Freundin in einer Show betrugen. Du hast deine Ex-Freundin emotional betrugen. Was will man von dir noch erwarten? So, und da muss ich halt jetzt echt mal sagen, wahrscheinlich erwarten jetzt hier die meisten was anderes. Also, das ist jetzt ein bisschen hart. Also, er hat jetzt, also, du hast ja gar nicht aufrichtig jetzt eine Freundschaft zu Alex gesucht. Du hast ihn ja als Marionette benutzt. Das kann der Mann ja auch vielleicht gemerkt haben, hat er auch, ne? Und hat dann so getan, so wie du ja auch getan hast, als würde er dir zuhören und mitgehen, ist er aber nicht, weil er in dir dann demnach auch einen starken Konkurrenten gesehen hat, ne? So, und dann, äh, jetzt so im, im ersten Moment, das rauszuholen, ist jetzt auch, also, kann man machen, aber, finde ich, muss man auch mit dem Echo rechnen, ne? Weil das ist so ziemlich der wunderste Punkt, äh, den man bei Alex drücken kann, ne? Also, vielleicht woanders unten oder so. So, mal gucken, was jetzt kommt. Hör mal zu, ich hab mir deinen Plan angehört, aber du bist, du bist ein falscher 50er. Du bist, du bist da. Ich werde euren Plan nicht mitspielen. Mein Gesicht ist verloren. Nein. Ihr Gesicht ist verloren. Nein. Ihr Gesicht ist verloren. Okay, also bis dahin ist es, finde ich, okay, es ist halt einfach so, ich hab's mir ja angehört, aber, du bist ein falscher Fofi, weißt du nicht so? Du hast dein wahres Gesicht jetzt gezeigt? Du bist der Nächste dafür. Nein. Du wirst der Nächste dafür. Du wirst der Nächste. Du bist der Nächste dafür. Pia ist so, sicko, bleib sitzen. Du machst hier nix, okay? Einfach mal die Fresse halten, ich hab mich heute auch schon blamiert. So, mal gucken einfach, macht ihr Popcorn und lasst es einfach zugucken, okay? Endlich wird wieder Deutschland euer Gesicht zählen. Hallo, gut geht's. Ey, bitte. Ihr werdet wieder so fortführen. Deine Tochter wird sich für euch schämen in zehn Jahren. Die wird sich für die Säden. Geht es? So was sagt man nicht. Nein. Okay, also, die Kinder kann man, sollte man wirklich rauslassen. So, das ist eh schon, also man kann hoffen, dass die Kinder nirgendwo online gezeigt werden, weil ich würde jetzt nicht gerne wollen, dass man das bei mir zurückführen kann. Also schon mal vor, meine Eltern wären vor 20 Jahren im Reality-TV gewesen und hätten mich immer auf Insta hochgehalten. Das wäre jetzt nicht so toll gewesen. Das jetzt so zu sagen, ist nicht die feine englische Art. Ich kann aber verstehen, so ein bisschen, warum Alex diese Karte zückt. Und zwar zum einen, weil er, glaube ich, das selber oft gehört hat. Und weil das bei uns auf dem Balkan, glaube ich, auch sehr, sehr verbreitet ist. Die Ehre. Was denken die Eltern? Was denken die Kinder? Peinlich. Wenn er schwul ist oder wenn sie mit vielen Männern schläft oder uneheliches Kind oder Bli oder Bla oder Blub. Ich glaube, das ist bei dem auch noch mal zusätzlich kulturell bedingt. Wir halten einfach mal fest, ist uncool. Hätte er nicht machen sollen. Jedoch muss man echt sagen, waren Samira und Serkan echt nicht ohne. Es ist ja jetzt nicht so, dass die aus dem heiteren Himmel jetzt angegriffen wurden mit so einer Message. Ja, sondern die haben ja auch richtig gebrüllt, sag ich mal. Spinnst du? So was sagt man nicht. Sie hat da eine klare Meinung zu und das sagt sie ihm. Wow, wo kommt dieses Volumen her? Hanna ist so, ich geige ihm jetzt auch nicht mal meine Meinung. Endlich kann ich es mal machen. Ich habe hier mit zwar gar nichts zu tun, aber weißt du was? Du bist so scheiße zu deiner Freundin. Ich finde es auch nicht korrekt, dass du mit den Testen kommst. Ja, finde ich auch nicht okay. Tochter, Tochter. Hey, es reicht. Komm her, wo sie, wo sie, wo sie. Ja, das tut dann weh, ne? Sie vermisst ihre Tochter und dann wurde die jetzt auch noch genannt. Das ist natürlich schmerzhaft, ne? So was zieht man nicht mit rein. Okay, ich glaube, er weiß jetzt auch, dass du das nicht cool findest und dass es nicht cool war. Demi Opfer wurde 10 mit Temptation. Ja, wie er mir, so ich ihm, ne? Ja, gleiches mit gleichem. Keine Eier! Keine Eier hast du, Mann! Ich glaube halt, dass die halt wirklich noch auch diesen Alex einfach nicht vergessen können, der er ja auch meiner Meinung nach weiterhin sehr stark ist, ne? So? Und ich sage auch, es war letztes Jahr und man kann jetzt nicht erwarten, so ein Jahr später, ich bin in einem neuen Format, ich bin ein neuer Mensch. Das passiert doch einfach nicht, ne? Und dennoch denke ich, dass hier ganz viel irgendwie vermischt wird, ne? Keine Eier hast du, keine Eier. Warum? Weil er Christina bei Temptation betrogen hat. Das ist so, ach, ich bin irgendwie super hin und her gerissen und kann mich gar nicht zu 100% auf eine Seite stellen, ne? Das Kind hätte er rauslassen können und Serkan und Samira hätten aber auch anders ihren Unmut äußern können. So würde ich es mal sagen. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Wie stupt ihr das ein? Du hast keine Eier, Digga. Sag der Richtige. Du hast keine Eier. Tochter in den Mund zu nehmen, Junge. Du hast keine Eier, Alter. Du hast keine Eier. Du schäm dich. Schäm dich. Was mache ich hier, Digga? Geld verdienen. Geld verdienen in einer Träsch-Givilandschaft. Das ist echt nicht ohne. Ich weiß. Dass er hier reinkam, Zico verraten wollte, dass er eine neue Allianz gründen wollte, dass er dann halt alle eliminieren wollte, ist für mich verrat, ist für mich falsch, ist für mich hinterhältig und jeder, der ihm nahe liegt, wird sich für dieses Verhalten schämen. Und ich weiß, wovon ich rede, Leute. Wenn ich euch die Liste raushole, wer sich alles für mich schämt, ne? Oh mein Gott. Das wollte ich damit aussagen. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, dass die Kleine sich einfach schämen wird für deren Verhalten. Ich würde es jetzt eigentlich auch gar nicht zurücknehmen wollen, aber irgendwie kriege ich gerade ganz schön viel Gegenwind, deswegen bin ich so ein bisschen dazu gezwungen. Jetzt hast du sie komplett verkackt und das sage ich dir als deine Partnerin. Dann suche ich dir eine andere, die so eine Scheiße mitmacht. Peinlich bist du. Jetzt hör doch auf. Doch. Baby, bleib mal gezwungen. Nee, du hast mich. Ganz ehrlich, also ein bisschen, in dieser Situation isoliert betrachtet, ein bisschen tut er mir da leid, weil er wurde halt wirklich krass provoziert. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wie er da taktisch vorgegangen ist, weil Serkan hat genau das Gleiche gemacht. Und er hat eine krasse Attacke in dem Moment abbekommen, eine verbale. und da kann man schon mal im Eifer des Gefechts etwas raushauen, was man vielleicht nicht gemacht hätte, wenn man nicht so auf 180 gewesen wäre. Und Alex versucht hier sein Image aufzupolieren, was er damals verkackt hat mit Temptation. Er ist der respektloseste Mensch überhaupt. Er ist der respektloseste Mensch, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Der geht über Leichen. Der geht über Leichen. Das ist genau das Perfekte. Das trifft es auf den Punkt. Das kann alles sein. Und das würde ich sogar unterschreiben. Ich glaube, auch wenn der in einem Jahr, ist meine Einschätzung, auch wenn der in einem Jahr nochmal zu Temptation gehen würde mit Vanessa und dann könnte das Gleiche nochmal passieren. Ich glaube halt auch wirklich, dass er diese Wesenszüge, die er uns von dem Jahr präsentiert hat, auch immer noch hat. Glaube ich einfach. Und dennoch, was wird sie machen? Wird sie ihn jetzt auf den Scheiterhaufen tun? Er hat einfach auch eine Daseinsberechtigung. Und was wollt ihr tun? Ich finde es einfach prinzipiell nicht gut, wenn man sich verhält wie so wild gewordene Affen. Das ist gut. Sie hätte sich da einfach erhofft, dass er einfach die Fresse hält und Kontenanz bewahrt. Ich habe dir nur darauf gewartet, dass sie wieder mit Temptation ankommen und mich provozieren und alles. Du lässt jedes Mal dich drauf rein. Aber soll ich mir das gefallen lassen? Nein, aber es reicht. Man soll mal ein bisschen drauf achten, was man sagt. Eine Tochter mit reinziehen. Aber du hast doch den Sinn nicht verstanden. Ich habe gesagt, sie wird sich vor euch schämen. Ich habe sie doch nicht beleidigt. Ich würde sie doch niemals beleidigen. Du hast eine Partnerin an deiner Seite. Die sagt dir immer deine Meinung. Und wenn ich dir als deine Partnerin gerade sage, Digga, das war eklig, war es eklig. Dann musst du das akzeptieren. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Moment kommt. Aber hier wirklich, hier tut er mir echt ein bisschen leid. Okay, dann muss ich das so akzeptieren. Ich habe die Kleine gar nicht beleidigt. Die ist ja vielleicht ganz süß. Die wird sich halt nur schämen. Du sorgst dafür, dass ich jetzt rauskriege. Ach, ich bin jetzt die, ich bin die Stimme. Deine Stimme, die hat alles heute mit entschieden. Ach, die anderen drei sind egal, oder was? Hättest du dein Wort gehalten? Wäre ich jetzt vielleicht noch drin. Ja, Tim, lass es einfach. Ja, lass es einfach. Also, mit Tim, also mit dem wird es, ich glaube, Tim ist so egoistisch. Dem geht es wirklich nur um sich selbst. Ich glaube auch, also, ich kann mir schwer vorstellen, dass er so richtig loyale Freundschaften pflegt. Tim, du weißt selber, ich habe vollkommen recht. Komm, Gespräch beendet. Hältst einfach Maul. Hältst einfach dein Maul. Ich gehe. So sicko-move auch. Hältst du Maul. Ich will gar nicht darüber reden, warum du jetzt eventuell emotional berührt bist. Alles Gute dir. Nee, bringt nichts. Bringt nichts. Du bist einfach dumm wie ein Toastbrot, weißt du? So, Ciao, alles Gute. Bye. Lieber Gott, ich habe doch gar nichts über die Tochter gesagt. Ich verstehe gar nicht, warum die hier alle so dumm sind. Temptation ist vorbei. Christina hat es verdient. Ich sehe geil aus und ich habe voll die schönen Männerfüße. Was wollen die alle von mir? Jesus, Draghi. Amen. Sie tut mir leid in der ganzen Sache, weil sie nichts dafür kann. Ich hoffe einfach, dass sie sich ganz, ganz schnell von ihm trennt, weil der Typ ist einfach eine reine Katastrophe. Der ist eine Naturkatastrophe. Die haben da auf jeden Fall starke Emotionen für Alex. Das kann man auf jeden Fall sehen. Aber im Endeffekt, ne, muss jeder mit seinem Tempo und jeder, ähm, ja, wie er halt möchte, wenn er, sagen wir, ein, äh, manipulierender, gaslightender, Narzisst ist und sie das aber gerade so braucht in ihrem Leben, weil es deren Seelenvertrag ist oder whatsoever, ist das deren Sache, ne, und, ähm, ich glaube, wir von außen können da einfach nicht so, mhm, das so lenken, ne, und, okay, wir kennen eure Meinung, ja, und beim nächsten Mal vielleicht den anderen nicht so persönlich attackieren, dann ist die, ähm, Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass so etwas persönlich Schmerzhaftes dann auch zurückkommt, würde ich jetzt mal so sagen. Was sagt ihr zu dieser Folge, liebe Leute? Ich wünsche euch einen tollen Tag. Ciao. Bye. 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 Bye.